Hey Leute, ich bin's Mombi und nachdem ich die vorletzten zwei Wochen im Urlaub damit verbracht habe, zu zocken und kochen zu lernen, habe ich jetzt angefangen, Arf-Effekte zu lernen und so verschiedene Effekte zu editieren, wie zum Beispiel sowas oder auch sowas. Derzeit helfe ich bei verschiedenen Sachen im Haus und sorgt dafür, dass die bald kommenden Videos schön aussehen, ein schönes Intro und ein Outro haben und generell rundum toll sind. Ja, das war's dann ja schon wieder von mir. Bleibt gesund, wascht eure Hände, haltet Abstand und ciao! Ja, das war's dann ja schon wieder von mir.